Mein Mann war immer besser. Immer. Ich bin im Winter sehr, sehr gerne mit meinem Mann im Februar zum Skilaufen gefahren. Wir haben damals keinen Sommerurlaub bekommen, weil wir keine Kinder hatten. Und dann sind wir eben im Winter gefahren. Wir haben die Zinnen, drei Zinnen gesehen und wir sind im Salzburger Land der Mühlbach am Hochkönig, habe ich meinen ersten Skikurs gemacht. In Fieberbrunn sind wir ausgezeichnet worden für 100 Kilometer Skilanglauf. In einer Woche haben wir die goldene Plakette gekriegt. Die ist auch heute noch mit. Winterurlaub ist wesentlich erholsamer wie Sommerurlaub. Punkt. Aus. Da bleibe ich auch dabei. Aber jetzt in meinem etwas fortgeschrittenen jugendlichen Alter ist das nicht mehr so lustig.